So, herzlich willkommen zurück zu Basokasoo. Wir sind hier gerade vor der Drogerie und der Apotheke oder was immer das hier ist. Gucken wir uns gleich an und kümmern uns aber erstmal um dieses dustlige kleine Mädchen, was da Rollschuh fährt und es nicht richtig kann. Quatschen wir sie doch mal an. Müssen erwarten, aber die kommt wieder. Da. Na du, das Fallen üben wir aber nochmal. Quatscht du etwa mit mir? Siehst du sonst noch jemanden? Nee, nur ein Schweinchen, das kleine Mädchen anquatscht. Clever, clever. Wie wär's, wenn wir tauschen? Ich bekomme deine Rollschuhe und du... Und was? Was bekomme ich dafür? Hm, na dann schauen wir doch mal, was wir dir geben können. Jetzt fährt die natürlich erstmal wieder davon. Das macht aber nix. Was hätten wir denn für ein kleines Mädchen? Na, die Freikarten vielleicht nicht, da das abends stattfindet. Kristallelefanten auch nicht. Aber wie wär's hier mit dem Computerspiel? Ist doch für Kinder sicherlich hervorragend geeignet. Ja, das dauert jetzt wieder einen Augenblick, aber macht nix. Die kommt zurück. Ja, da ist sie schon. Ein wunder, wunderbares Rolling Ronny's Soil für deinen PC. Wie ist das? Selbstverständlich. Schließlich hat das ein absolut irrer Programmierer gemacht. Und wozu? Um kleine süße Mäuschen vor dem Rollschuhfallen zu beschützen. Hört sich ja verlockend an. Hilft's denn wirklich? Natürlich? Oder siehst du hier irgendwo ein gefallenes, rollschuhfahrendes Mädchen? Wow. Klasse. Wenn das so ist, ist es gebonkt, Mutti. Mutti? Dummes Gehör. Na, jedenfalls sind wir die los und haben dafür ein paar Rollschuhe eingetauscht. Hervorragend. Können wir nur leider nicht mitfahren. Macht aber nix. Hier ist wieder unser Frederick. Den können wir aber vielleicht mal anquatschen. Hallo, Hallöchen. Sie da? B und R Quadratel, weil F ist kleiner als die 4000. Wie B ist 1,3 ist gleich minus 1. Hallo, guter Mann. Repeat. Wie B ist 1,3 ist gleich minus 1. X gleich B ist 2,3 plus 256. Scheint sinnlos zu sein. Aber sowas voll. Gut, dann lassen wir den in Ruhe und schauen mal, was es hier so schönes gibt. Jumbo Grow, was ist das? Ja. Ah, etwas für die Zwerge, ein Wachstumsmittel. Ja, das ist doch vielleicht ganz interessant. Und dann schauen wir uns mal in diesem Laden um. Mensch, den kenne ich doch. Das ist doch der Mann, der uns Bugs Bunny brachte. Der uns Daffy Duck brachte. Der uns Schweinchen dick brachte. Das ist Tex Avery. Das ist ja ein dickes Ding. Ob der vielleicht auch Fleischklopse mag? Ah, wahrscheinlich eher nicht. Reden können wir nicht mit ihm. Aber wir schauen uns mal die Sachen in seinem Laden an. Ein Kofferradio, das in jeden Koffer passt. Könnte ja mal interessant sein. Nehmen können wir es allerdings nicht. Die Zeitung können wir nicht lesen. Was gibt es denn hier Schönes? Bestimmt nicht gut für die Kiddies von Swamp Rock. Ach, für niemanden wahrscheinlich. Und die Bongons hier? Bestimmt nicht gut für die Kiddies von Swamp Rock. Gleichfalls. Scheint sein liebstes Spielzeug zu sein. Ja, warum auch nicht? Gemüse. Die Nahrung für Vegetarier. Ja, lecker. Und dieses hier? Toll. Ein Lämpchen aus der segensreichen Pionierzeit. Na, wunderbar. Aber damit können wir jetzt noch nichts anfangen. Und insofern verlassen wir diesen schönen Laden wieder. In die Apotheke möchte ich jetzt noch nicht gehen. Das heben wir uns für ein wenig später auf. Und wir sollten uns mal langsam darum kümmern, dass dieser Parkbankbewohner, um es mal freundlich auszudrücken, an seinen Schnaps kommt und wir somit seine Zeitung krallen können. Und damit werden wir jetzt anfangen. Es kann sein, dass ich da etwas rumbasteln muss. Beim Durchspielen ist es mir nicht immer gleich ganz gelungen. Aber ich denke, das kriegen wir doch auch hin. Weil momentan haben wir ja nur so eine Flasche mit echtem Spiritus drin. Die wird ihm nichts nützen. Aber um das zu aromatisieren, haben wir hier Äpfelchen. Da wir das Inventar nicht miteinander kombinieren können in diesem Spiel, geht leider nicht, müssen wir uns für die Äpfel was anderes ausdecken. Wir haben hier einen Wagen. Das könnte sehr hilfreich sein, weil wir die Äpfel nämlich unter dem Auto zermatschen müssen. Da muss man auch erst mal drauf kommen. Ich hoffe, dass es mir auch gleich gelingt. Es ist nämlich wieder ein bisschen Pixelhunting an dieser Stelle, wenn man die Äpfel in die Flasche tun möchte. Aber wir versuchen unser Glück und bocken die Karre erst einmal hoch. So. Tun dann die Äpfel darunter. Warum die sich auf wundersame Weise so vermehrt haben? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich habe nur einen aufgesammelt. Und Platsch. So, jetzt gucken wir mal. Ja, es gelingt. Hier ist nämlich der Apfelschnaps. Und den können wir in die Flasche schieben. Na, das ist doch hervorragend. Ob das denn schon reicht? Damit der Kerl uns die Zeitung gibt. Wir probieren es einfach mal aus. Hier, wie wäre es mit einem Schluck? Bah, was ist denn das? Na, das schmeckt ihm noch nicht. Ich denke, wir müssten das Zeugs noch etwas verdünnen. Und praktischerweise steht hier an der Ecke ein Hydrant, ein Hydrant. Ein Hydrant, ein Wasserhydrant. Ja, und deshalb werden wir die doch mal etwas öffnen mit der praktischen Zange aus dem Auto aus der Dark Corner. Das Wasser strömt, der Hydrant dröhnt, ob sich die Aktion wohl löhnt. Na, das möchten wir doch stark hoffen. Und schauen mal, ob wir die Flasche mit Wasser auffüllen können. In der Tat. Man sollte immer etwas Wasser mit sich führen. Ja, vor allen Dingen mit dem ganzen anderen Fuselgesöffs da drin. Und probieren noch mal unser Glück mit der vollen Flasche. Schauen mal, ob wir jetzt an diese blöde Zeitung kommen. Wäre ja mal wirklich an der Zeit. Ja, probier mal. Hey, das Gesöff ist ja super. Dafür gibt es jetzt auch meine Zeitung. Na, endlich! Die nehmen wir uns. Hey, da ist auch ein Gutschein für Mexikan Moskito drin. Dem altbekannten Mittel, mit dem man viel aufrichten kann. Ist immer gut, so etwas dabei zu haben. Na gut, dann schauen wir doch mal, wo wir das herkriegen. Das klingt doch sehr nach Apotheke. Weil Schnapsladen gibt es hier nicht. Und deshalb wäre das die nächste Möglichkeit, sich einfach mal hier nach dem Zeugs zu erkundigen. Wer ist denn das hier? Dieser Mann hat weder etwas mit Apo zu tun, noch mit Theken. Und trotzdem ist es ein Apotheker. Wie intelligent. Und wir quasseln den Mann einfach mal an. Hallo. Ich hätte gern... Hört sich ja schlimm an. Das können Sie wohl laut sagen. Na, na, na. Wie wäre es denn, wenn Sie mal etwas gegen Ihre Erkältung tun würden? Wie meinen? Nun schlucken Sie doch einfach eins Ihrer Medikamente. Was? Eines meiner Medikamente? Sie müssen verrückt sein. Wer bedient Sie anschließend? Na, das ist ja toll. Er hat nicht viel Vertrauen in seine Sachen. Wir schauen mal und geben ihm diesen Moskito-Gutschein. Hier ist er. Bitteschön. Einmal Mexican Moskito. Tut mir ja schrecklich leid. Ist aber leider nicht mehr vorrätig. Fein, fein. Und nun? Vielleicht hilft Ihnen ja diese Zutatenliste weiter. Also, besorgen Sie mir das Zeug und ich brau ihn, Ihr Wundermittel, Schätzchen. Na schön, wie wir die Zutaten zusammenbekommen und was das für welche überhaupt sind, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von BazookaZoo. Dranbleiben. Danke fürs Zugucken und bis bald. Danke fürs Zugucken und bis bald.